Wo ist er? Ich seh ihn gar nicht. Ich seh hier nur Geblitze. Da ist er. Der sieht so anders aus. Oh, der ist ja schon wieder auf... Wie soll man das schaffen, Henry? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich nicht. Da. Warum kann ich denn jetzt... Warum kann ich denn nicht immer diesen DCC-Sprünkt machen? Da muss wohl irgendwas unter mir gewesen sein, was? Du musst halt hoch genug sein. Nee, ich bin mittendrin beim... Ich hab auf C gedrückt. Ich war ja noch am Fliegen. Ich bin hängen geblieben. Aber es kann ja sein, dass da einer... Boah! Scheiße, zu spät gesehen. Ja, ich hab's zu spät gesehen. Und ich kann meine Dinger noch nicht rauswerfen. Ah, ich schaff es aber jetzt, jetzt, jetzt! Und... Ja, das schmeckt dir nicht, ne? Oh, scheiße! Scheiße, du auch? Ja. Hier ist auch keiner zum Bekämpfen in der Nähe. Doch da. Los! Ich hab doch einen erledigt! Lach dich. Meine Wölfe haben mich diesmal auch versagt. Heil dir! Ja, aber er ist schon wieder... Oh, die Wölfe sind weg. Scheiße, 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 scheiße! Oh, ich bin voll reingesprungen. Scheiße! Ich hab' zu früh. Aber guck mal, jetzt hat er, jetzt hat er kein Nix mehr. Ja, 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 nützt mir nix. Ich bin jetzt erst mal am Boden. Los, meine Wölfe, ich brauch' euch! Danke, 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 danke. Oh, scheiße. Du musst irgendeinen töten. Ich bin ja dabei! Ah, nach, nach! Boah, ich kann nicht so... Der kickt mich immer weg. Ja, ich... Ich kann nicht. Das ist das Problem. Ich... So schnell... Meine Waffen ziehen nicht so... Jetzt hast du ein Blick ins Schussfeld gestanden. Ja, ich hab dich auf die Tür gesehen. Ja, ja. Ist gut. Mein gut. Wir kriegen ihn! Wo ist er? Na, Hund! Ich weiß aber nicht, wo dein typisches Fachstelle ist. Oh, mein Schild ist schon wieder runter. Alter! Aber meine Wölfe sind noch da! Lad nach, lad nach, lad nach! Lad nach! Oh... Oh, Gott sei Dank. Das kommt im richtigen Moment. Ich war schon wieder am Boden hier. Ja, nicht lange, glaub ich. Ja, jetzt kommt er doch so. Was ist das? Oh, oh, kacke! Jetzt wieder dasselbe Theater mit dem Gesicht. Ja, wieder... Ja. Oh! Ah, Wächter hat er auch noch hier. Ah, Wölfe sind wieder da. Komm, lad nach, lad nach! Komm, komm, ich schieß dir in die Fresse! Ah, ich hab... Was hab ich denn hier für ne Waffe eingestellt? Oh! Oh! Oh, nicht sterben! Alter! Danke! Ah, hier steht alles unter Strom, ne? Auf dem Boden seh ich grad. Ah, ich bin runtergefallen. Ja, wo bist du, wo bist du? Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich bin bei dir. Ach, kacke! Ach, kacke! Ich wurde weggekickt. Ich hab mir keinen Granatenwerfer eingestellt, ich Idiot. Der fehlt mir jetzt. Ah, ich bin wieder am Leben. Ja, dann halt mich. Ja, ich versuch's ja! Es geht nicht! Es ging nicht mehr. Kacke! Vielleicht hättest du mich denn töten sollen, weil ich schon länger am Boden war. Ja, ich hab auf irgendwas geschossen, was bei mir in der Nähe war, du. Versuch einfach zu überleben, ich bin ja nicht mehr drin. Ich schmeiß meine beiden. Ganz sicher. Wir haben jetzt den Arsch gerettet! Ich bin schon am Berühren. Du bist schon am Berühren? Oh! Oh, mein Schild geht immer weiter runter. Ach, er ist born runter. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich würde schon wieder am Gesicht schießen. Ach so. Ich muss mir jetzt mal die Zeit nehmen. Ich hoffe, ich schaffe es. Komm, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist mein Granatwerfer? Er ist weg. Mein Granatwerfer ist weg. Ich mach das bloß unter Raketen. Also ich hab den Raketenwerfer schon probiert. Das ist scheiße. Der Schild ist weg. Der Schild ist weg. Der Schild ist weg. Der Schild ist weg. Ins Gericht! Diese blöden Wächter sehe hier immer noch. Ah, mein Schild ist runter. Aber ich kann die beiden Wölfe rauswerfen. Gott. Oh, was macht er denn hier? Oh, Kacke! Ich, ich, ach so! Neue Stärke. Alles klar, alles klar. Ich war ja auf irgendeinem Stein da auch noch drauf, ne? Ja, deswegen war das schwer, dich dazu zu sehen. Aber jetzt bringt das gar nichts, wenn man auf sein Gesicht schießt hier. Ja, doch. Du musst da gerade in mein Gesicht schießen. Ja, ich hab aber nicht das Gefühl, dass das irgendwelchen Sinn gemacht hat. Oh, Mann! Hör mal auf mit dem Scheiß. Ja, 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 jetzt seh ich auch wieder was. Oh! Oh! Hohohoho! Jetzt war ich einen Kilometer hoch, glaub ich. Wir haben das Gesicht weg! Oh! 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 Hier geht's nicht gut. 25 Lebensenergie hab ich noch. Jetzt bin ich weg. Du wirst wo? Hier hinten. Ich bin unten. Was? Wir haben's geschafft! Ja, was brüllt er denn da? Wir haben's geschafft! Ich finde meine Wölfe sind schon wieder draußen, ne? Ich hab' ich gar nicht mitgeprägt. Oh! Das war gut! Wo ist denn sein Gesicht? Ich seh' hier gar nicht durch. Ich bin hier nur am Verrecken! Oh! Warte, 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 warte! Wenn die Wölfe draußen sind und einen töten, ne? Eine Figur oder einen Gegner. Werne, dann zählt das auch. Ja, ja. Dadurch werd' ich dann wiederbeleben. Alter, wo bin ich? Oh! Geil! Ich bin gleich wieder hochgeflogen. Hab' keine Ahnung. Alter, das geht ja alles ein bisschen schnell. Ist der ja schon tot? Ich hab' aber langsam Munitionsmangel, glaub' ich. Aber hier liegt ja genug. Hier liegt ja was. Ich seh' schon. Ich sammel' mal ein bisschen. Ich kann die Wölfe noch nicht rausschmeißen, aber gleich kommen. Hier sind die Jax gerade abgelaufen. Wölfe! Bist du noch am Leben? Ich hab' der... Das sah eben so komisch aus. Warst du ihm tot oder so? War ich tot? Nö, alles gut. Gut. Ich steh' nur wie ganz weit uns gemacht. Ja, ich seh' das. Gesicht ist... Das Gesicht ist weg. Nachladen! 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 Das ist komplett weg, aber... Und... Oh, ich hänge, ich hänge, ich hänge. Ne, das ist tot. Das ist tot, das Gesicht. Einsammeln, 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 einsammeln. Das Problem ist, du kannst nicht so viel auf den Boden gehen. Ja, ich merk das schon. So, letztes Gesicht, glaube ich, ne? Oder vorletzt? Nein, das ist jetzt das... Dritte. Korrisionsgesicht, also... Ne, das ist jetzt das dritte Gesicht, aber ich glaube, ich bin fest. Ey, das ist das hier. Ey, das ist die Kotzschnauze. Ich treff nicht. Jetzt. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Wölfe raus. Ah, du sitzt da auch mittendrin. Ah, ich kämpfe gerade. Ah, jetzt, 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 jetzt. Jetzt müssen wir wieder auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren. Ah, kacke. Musst du jetzt hier rumhauen? Jetzt fots denn. Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Jetzt bin ich, jetzt bin ich auch weg. Ich lebe wieder. Ah, du liegst direkt im Steinbeutel. Ja, ich kriech gerade raus. Warte, 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 warte. Nicht ins, du darfst, du hast dich ins Schussfeld gestellt. Scheiße. Da. Ja, jetzt bin ich weg. Ich hatte gerade auf einen geschossen, der war hinter dir. Ich versuche einfach, ich versuche einfach zu überleben. Ja, ja, ich beeile mich. Ich beeile mich, ich beeile mich, ich beeile mich. Mach hin. Ich bin immer noch nicht, ich kann noch nicht laufen, ich kann noch nicht laufen, ich kann noch nicht laufen, ich kann noch nicht laufen. Ich kann noch nicht laufen. Jetzt kann ich erst mal laufen. Ja, ich bin ja schon dabei, ich flitze. Mach auf. Ich habe mir nur schnell ein bisschen Munition noch geholt. Aber ist ja eigentlich blödsinn. Aber ist voll, alles voll. Alles gut, ich bin gleich da. Ich bin auf der Rampe. Ich bin auf der Rampe. Ich beeile mich. Ich fliege. Ich springe ins Ziel. Ich berühre. Ich schmeiße die Wölfe raus. Wölfe? Wölfe? Ist sie noch drin eigentlich? Ah, ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, das ist gut. Schneebälle sind schön. Oh, nun komm doch mal mit deiner Visage zu mir. Warum guckst du da woanders hin? Äh, jetzt hat er hier alles voll gekotzt. Naja. Ich muss erst mal eine Stelle finden, wo ich stehen kann. Aber er hat seinen Schiff. Ach, schon wieder. Komm. Ich treffe den gar nicht. Ich schieße auf den. Ich treffe hier gar nichts. Ja, du kannst halt nur auf seinen Rücken schicken, ne? Nein, ich habe auf Gegner geschossen. Als ob die immun waren. Ich versuche jetzt gerade schnell mal rumzukommen hier. Was ist er denn jetzt da? Ich will auf, Mann, deine Fiese. Oh, das kann doch nicht sein. Schmeckt Schneebälle. Kann ich runter auf den Boden, sonst sterbe ich. Jetzt kann ich runter. Ich bin schon dabei. Ich schieße noch auf einen. Wölfe raus. Jetzt musste ich wieder nachladen. Ach, nie. Nix aber auch direkt drinnen. Ja, ich weiß. Ich schieße auf seine Visage. Ja, aber auch. Meine Wölfe waren jetzt draußen. Wunderbar. Ich bin aber gleich, ich kam nicht hoch genug. Ich bin gleich wieder reingefallen. Versuch mal einen zu töten, du bist so weit weg. Und du liegst mitten in der Dinges. Ja, ich kann hier keinen töten, wenn keiner in der Nähe ist, Henry. Oh Gott, versuch einfach. Jetzt kauft ihr keine Munition. Nein, ich habe doch keine Munition gekauft. Da war eine Kiste, die habe ich bloß aufgemacht. Die ist doch gar kein Automat in der Nähe. Als ob ich hier jetzt Munition... Ich bin doch schon am Laufen. Du machst mich verrückt. Ich glaube, ich bin nur im Kreis. Ja. Der Säurekopf ist auch der schwerste von allen, ne? Ich hatte mir das Gefühl, der allererste war der schwerste. Aber das Schild ist runter. Und ich sehe, du triffst gerade. Ich bin gleich da. Nein, ich helfe die... Ich habe hier... Ich kann auch gleich meine Wölfe raushauen. Boah, diese Animationen, die nerven ohne Ende. Bevor ich überhaupt was machen konnte... Bist du drüber? Ja, aber das bringt ja nichts, wenn man in den Kampf reinkommt und man kann nichts machen, weil da irgendwelche Animationen ablaufen müssen vom Reinsporen. Und die Viecher scheinen ja säureresistent zu sein. Schießt ihr in die Schnauze. Lagt schneller nach. Meine Wölfe sind schon wieder weg. Hallo? Ja, die sind so viele Gegner. Ja, ich schieße ja auch. Aber wenn die sich bewegen, dann ist der nächste wieder weg. Der war jetzt hinter dir. Ich habe einen. Achso, du liegst da noch. Ja, ich habe das doch nicht gesehen, Henry. Ich habe das doch nicht gesehen, dass du da liegst. Warte. Ja, ich bin schon wieder weg. Gut. Hilfe. Oh, jetzt hänge ich in seiner Hand fest. Scheiße, 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 scheiße. Wir müssen da raus. Der hat doch nicht mehr viel. Oh, jetzt sterbe ich in der Luft. Oh, nein. Das kann doch nicht sein. Bist du am Leben? Und du liegst direkt in der Säure. Ich komme doch schon entgegengekrochen. Mensch, mehr kann ich doch nicht machen. Ja. Siehst du, Dieter. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mondsteine. Lupen, 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 lupen. Wir tauschen dann im Nachhinein aus, ja? Ja, ja. Jetzt mal alles. Vor allen Dingen die Mondsteine einsammeln. Ja, das hat unter 20 gekostet. Das ist der Wärmste. Wir müssen ja wieder raus. Ich bin schon voll. Aber ich mache noch nicht gegen die. Wir haben noch 20. Mondsteine locker rausbekommen. Ja. Ich gehe jetzt nur noch auf Mondsteine. Also ich bin mit 70 reingegangen. Wir kommen mit 116 wieder raus, oder was? Ich bin mit... Ja, wo ist das? Ich bin mit wem... Was ist denn das? Was habe ich denn jetzt hier noch alles ein? Was habe ich noch alles eingesammelt? Was waren das für Sachen? Wie liegt noch was? So, erstmal ins Inventar gucken. Hier ist noch ruhig. Ja, 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 ja. Aber haben wir doch gut geschafft. Auch wenn es ein bisschen aufreibend war. Dezent. Ich habe aber meine... Meine... Dings nicht mehr. Habe ich die verkauft? Was? Hier habe ich eine Anpassung. Einen Klassenmod. Aber den kann ich jetzt scherbeln. Ich finde meine Granaten... Meinen Dings-Raketenwerfer nicht mehr. Den habe ich doch nicht verkauft. Habe ich den verkauft? Ich bin ein Idiot. Ja, so ist das eben. Wenn man älter wird. 228... Eine Reifel... Mit 378. Was habe ich denn ausgerüstet? Oh. Neun. Die hat aber ein kleines Magazin. Aber Genauigkeit 95%. Ich probiere sie mal aus. Und für die olle hässliche Pistole... 490. So, bin neu ausgerüstet. 268... Ich nehme auch mal wieder den Sniperchen. Das ist die Sniper. Das ist die alte. Ach, das ist die Laserwaffe. Ah, der schießt immer in den Intervall. Ah, die ist ja langsam. Guck mal. Das war jetzt die originale Pause zwischen zwei Schüssen. Die ist blöd, ne? Das dauert zu lange. Also, das muss schneller gehen. Da werde ich ja verrückt bei. Ich habe hier eine kleine... Reifel. Die ist auch nicht schlecht. Probieren wir die mal aus. Die ist gut. Die ist gut. Ich habe hier eine kleine...